Chris und herzlich willkommen zu Part 4 meines GTA 5 Let's Plays und der wieder dabei ist der Kevin wie der Kevin ist hört und er, ne, halt's Maul wie ihr hört ist es wieder Kevin dabei ja ich mute den jetzt auch der wird nicht mehr bei der Aufnahme dabei sein der hat sich jetzt offiziell zu entschlossen dass er nie wieder bei der Aufnahme dabei sein möchte oder kann er sich jetzt wenigstens mal beten nehmen das kleine Kiddie halt die Fresse dann benimm dich Kiddie du magst ja immer dabei sein ich würde dich auch mitnehmen du musst nur schnell genug sein Leute ohne Witz ne er sagt er würde mich mitnehmen aber fährt weg oder tötet mich die ganze Zeit ne das ist ich lade dich ja nach dieser Operation hier ein du gehst in einem Buggy bring down these shipments und collect Cargo ich werde etwas Tees machen wir brauchen einen anderen Wagen hochziehen 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 wollen wir gleich mal ein Rennen machen? GTA Rennen? wir können gleich mein Rennen spielen ich hab ne eigene Map gemacht halt so oft? ja nur leider ist es äh mit keine Distanz Elementen oh Challenge 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 oh ihr habt gesehen wie geil das Kalos sah zum teil ouch jetzt hätte ich nur noch auf den Rädern landen müssen raider willst du mir gefallen tun? kein grad nicht wo bist du schon wieder? unterwegs beim fliegen hui wo bist du schon wieder? ich bin grad am rumfliegen mit dem Zohrad ouch wieso hat es mich hier bitteschön aufs Maul gelegt? der Winkel war doch nicht steigen zu steil ich bin an der Motocross-Strecke wenn du nicht suchst okay wieso? weil ich jetzt so dick aufzustellen will und ich dann nehme an Motocross raus holen hier fahr'n was dagegen? nein vielleicht du tötest du mich wieder? vielleicht hey und du willst du auf? vielleicht ich hab ne neue idee welche? ich hab jetzt mit dem Radlader soll ich die Zitli den mal oben drauf nehmen? ganz gerne versuchen genauso wie die Trottel du grad versuchen nur Presser mit Bodenfahrzeugen abzuschießen du kannst dir denken was rauskommt du hast die Munition verloren? was? hab ich gar nicht was redest du? was redest du da für'n scheiß? ich fahr' grad mit der Munition also flieg' ihr ja damit und jetzt okay das war geil so die Vorratsmission ist abgeschlossen so hat man gleich ein Kevin noch ein dann kann er endlich mal seinen Spaß haben nein ich hab grad Spaß hätte ja nie was anderes zu tun als mich zu nerven so mit bald einstellen Freunde so kannst du annehmen ja seht ihr Kevin kann nix anderes als nur nerven ich bin aufm Auto drauf als Raupenfahrzeug ähm okay ich komm nachher mal mit nem besseren Raupenfahrzeug an ja halt die Schnauze ah sie haben's besser gemacht mit der Forschung jetzt steht da nur dieses ja Niko jetzt kannst du nicht mehr so auswählen was es genau ist so Forschung äh Vorratsstehlen die Forschung stehlen das wäre noch schöner so mein Sanchez kommt Sanchez Sanchez äh ich will heute stehlen du siehst wohin wir müssen das ist Forza Kuro warum war ich daran so schlimm das ist das Militärslager ich komm mal zu dir ne okay ja kannst komm wer jetzt sich fragt wieso ich das getan hab die Grunde auf wir brauchen ein anderes Vehikel weil ich glaub mal weil ich glaub mal ich weiß welche Mission das ist welche ist das ich sammle das Paket hör jetzt ein alles klar soll ich von außen Scharfschütze machen du musst fahren komm zu mir und entschuldigung dein Motorrad brauchst du jetzt nicht mehr nichts machen Nichts machen Nur schauen Oh, ist das ein Truck diesmal, oder? Oder? Das könnte doch was geiles werden Wartet, nicht schießen Erst wenn ich sage Ich muss kurz was schauen Ja Okay, warte, noch mit schießen Nicht Feuerfreigabe, Feuerfreigabe Aber schon die Fracht Oh, die Fracht ist ein Panzer Andere Mission Ich habe gedacht, dass es die Juckernot-Mission Soll ich ein Panzer steigen? Fahren, 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 fahren Alle töten, alle töten Am besten fahre ich mit dem Panzer, oder? Du bringst Halbkettenfahrzeug, das wolltest doch Fahrt, Mann, da ist noch irgendeiner Ja Und da drüben noch einer Bin down Go, jetzt darfst du fahren Hast du irgendwie Schaden bekommen oder zu? Nee Alles klar Das Ding ist so gepanzert Als ob es so gut gepanzert ist Als ob es so gut gepanzert ist Das Ding ist so gut gepanzert Du kannst dein... Wir haben damit ne... Ähm... Ne dreiviertel... Warte, warte, ey Ich fahr vor, okay Warte, ey, ich fahr vor, okay Ich hab unendlich Muni Verlass mich vorfahren Oh, Loppelä Oh, Alter, komm, fahr doch rein, wenn du willst Jugg mich nicht Jugg mich nicht Jugg mich nicht Jugg mich nicht Und mich jugg gar nichts Ich spiele ein TAG Ah, moine Pass auf, die kommt, ne... Ey, ey Pass auf, die kommt Nein die Kompass hinter mir was soll ich machen oder halt da halt sind die auf der Brücke du kannst Min mit D legen aber warte nein mein nein mach sich der E-Kopf und jetzt alle Warte 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 ich bin hier genau hinter dir guck mal alles durchgemetzelt ja klar was wir fahren hier ich ramm hier einfach durch oder was ja boah Digger Alter Aua warte mal warte mal warte nicht schubsen nicht schubsen fahren 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 bemerkst du was du hast keinen Schaden bekommen oder ja hinter dir hängt einer ab jetzt wenn du hinter mir du bleibst einfach hinter mir bleibst einfach hinter mir und nichts an Minen übrigens die Minen kannst dich auch selbst weg sprengen wie? ähm drauf stehen bleiben oder zu langsam fahren hast du es grad gemacht nein ich leb noch ja eine Mine bringt dich auch nicht gleich um ich hole uns mal 5 Sterne hinter mir bleiben hinter mir bleiben warum schießen die eigentlich noch? wenn die wissen die haben keine Chance weil sie es versuchen den Panzer zu zerstören ich schaffe sie doch gar nicht weil ich hinter die fahren ah die sind doch vor mir der ist zwar ultra langsam aber alter die Feuerkraft ist enorm die sind so doof ne in mich reingefahren oder was? ja warte 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 ich will einen wegrafen einen Kopf fahren ok da vorne ist das hier warte mal den hole ich noch wow da vorne kommt noch einer da will ich mich reinfahren moine moine fahren 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 ich muss dir meinen Arsch retten Dauerfeuer konzentriertes Dauerfeuer warte ich kippe mich drum weg da oder ich schieße auf dich werd langsamer werd langsamer ich weiß welchen Wagen ich mir hole wessen? den hier der hält aber nicht so viel er ist nicht so gut der kann nur eben feuern und dafür musst du wechseln mit dem anderen kannst du jetzt hör auf fortzufahren oh man du hast hast du mich grad gerammt? was? nein der ist über die hier wieso ist eigentlich das Militär hier keine Ahnung sie haben die Verfolgung aufgeben der Panzer gehört dir aber da ist noch einer der ist jetzt so der ist jetzt so tja komm doch verfolg mich überhol mich äh der deswegen ich kann dich rumflippen ich bin zuerst da ich bin zuerst da ich bin zuerst da ich bin zuerst da ich bin schon ne auf dem Armat 3 Server bin ich kein Sif lass mich raten bis Chef Nein, ich bin auch kein Chef. Was willst du dann? Was denkst du? Ähm, Noob? Nein. Owner? Ein GP-Inspektor und FBI-Agent. Okay, du bist ein Noob. Äh, der lädt mich ein. Du bist doch schon eingeladen. Nein. Du bist doch schon alt, Bergen. Nein, ich bin nicht eingeladen. Ach, du meinst den Bunker? Wir verlassen den Bunker gleich wieder. Nächste Mission. So, bei wer war um das Ding gegangen? Next Mission. Dein Ernst? Ja, klar. Der Wagen ging am Arsch. Was? Der Wagen ging am Arsch. Dieser ist noch drin. Welcher Wagen? Dein Ernst, hast du mich auch wieder? Nö. Ah, ja, bin wieder da. Ich muss den, glaube ich, einmal reparieren lassen. Deswegen fahr mal kurz mal rein. Ja, danke. Das ist noch dran. Aber wenn Sie den, glaube ich, einmal rauf sagte mir, also wollen wir ver. Und wir zeigen, wie wir die D Datei auskündigen, das, glaube ich, einmal zu bei mir machen, um jetzt um 4-2-4-6-7-7. Und dann können wir den, glaube ich, Oh, ich kenne die Mission. Nein. Verrückte was rein. Du musst dich ausrichten. Weil so ob ich jetzt alle abdecken musste. Ja. Das sind sogar Helikopter und Fracht. Die musst du zerstören. Solitionsfracht. Abschießen, abschießen, abschießen. Feuer frei, Feuer frei. Pass auf, pass auf, pass auf. Feuer, Freigabe. Für alles. Nur die Mund. Ja. Jetzt. Das nicht. Das sollst du abschießen. Schieß auf das Forns. Hä? So geht das nicht kaputt. Okay, lass es erstmal. Schieß auf das andere. Komm wieder rein. Jetzt ging es kaputt. Wie du siehst, eine Explosion macht dich auch nicht tot. Also, ich finde das nur zu geil. Über uns kommt gleich der Helikopter. Du musst die Helikopter, die zwei abschießen. Was muss ich machen? Helikopter abschießen. Über uns. Warte. Warte. Von dir aus. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Helikopter. Trottel. Links. Oder da. Und links. 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 Und jetzt wieder Feuer, Freigabe. Helikopter, Neumons. Das ist ein Insurgent, ne? Ja, der ist bewaffnet. Draufschießen, direkt Feuer. Naja, ist da ständig zu pracht. Jetzt fahr rüber. Die war bald. Okay, das war ja mein Kill. Das ist ja mein Fahrzeug. Wenn die Produktionsvorräte jetzt ein Juggernaut an den Zug ist, es gehört erst meiner. Mist. Ich hasse diese Zeine, wo du durchfahren kannst, also ranfahren kannst, aber nicht durch. Ich zeige ja eigentlich gar nicht so viel GTA Online, ne? Ja. Ja, okay. Und was soll das bedeuten? Das ist ja die Scheiße. Du bist nicht so scheiße. Und du darfst wieder das Fahrzeug fahren. Warum? Oder lass es hier, lass es hier, du steigst bei mir mit ein. Du darfst bald Schütze sein. Ja. Da ist nämlich unsere Fracht hinten dran. Ich hole danach den Tampa. Ja. Dann kannst du besser Spaß bereiten. Du weißt ja noch, was der Tampa ist, oder? Ja. Das Ding hält zwar nicht viel aus, aber meine Fresse. Du musst zugeben, das Ding ist schon ungetüm, oder? Das ist Tampa. Oh, die verfolgen uns mit Kurumas. Oh, ich hab den anderen ausgestalten. Und die Fahrer. Und den anderen Schützen. Ich hab gedacht, du willst eine Mission machen? Ich habe mir gedacht, ich wollte eine Mission machen. Ich bin beim Bunker. Ja, ich bin beim Bunker. Ich meine die Spezialmission. Nein, nein, nein! Ich bin beim Bunker. auf Eikersatz okay du musst ja das Fahrzeug und ich kann nicht anhalten auch ich hab die Fahrer durch die Lack getroffen hast du ne Minigun er hat vergessen du hast ja durch ihn Morda ähm Geld äh Level holen lassen oder nein wie hast du dann Level 380 erreicht das erreicht niemand nur durch zocken auch weißt du wie lange ich spiele okay hast du seit Anfang an und wie viele Male hast du den Account übergezogen oh fuck du hast bis jetzt nur ein PC PC kann aber gar nicht sein PC gibt es noch nicht so lange erstens zweitens PC gibt es vor allem nicht so lange dass du Level 380 werden kannst ich hab schon Leuten gesehen jemanden 3000 ja weil sie sich durch den Modalis Level geholt haben und ich Modding Tool allein Wolfen nicht ein Rennen machen was du selber gemacht hast ja das machen wir noch ganz gut da wird ne weißt du wie langsam die Karre ist das ist Karma für den Wagen wenn ich's kann fau mal jetzt ein bisschen färfelt ein dein Ernst wieso nicht weil ich mir gerade einenSportwagen geholt habe um ihn aufzuholen Columa ist dann auch nur Sportwagen deswegen fahren sie mir glaube ich auch hinterher oder? nein die bleiben auf der Straße oh that war gerettet in allerletzter Sekunde. Willst du die Minigern haben? Die kann ich mir sowieso nicht kaufen. Und ich... Okay, ich kann sie mir kaufen. Mit sogar unendlichem Money. Weißt du wie? Ballistaanzug. Was? Ballistaanzug. Kannst du die Minigern kaufen? Da ist... Da ist erstes... Das ist die Juggernaut-Rüstung. Da ist erstes... Eine verdammt starke Patzerung dabei. Zweitens... Habe ich dann eine Minigern mit unendlich Money. Und ich glaube mal, Unendlich Money ist besser als irgendwas anderes, oder? Ja. Ja, ich hab's abgehauen. Ja, ich noch nicht. Gleich aber. Gleich, vielleicht sieh ich mir ja gerade Chance. Nö, ich kann nicht bestimmt nicht sehen. Ja, da hast du noch ein paar Freunde, die mitspielen? Weil zu zweit ist das Rennen langweilig. Ja, ich hab halt Freunde, die sind zwar online, oder warte mal. Ja, ich hab grad fünf Leute, die online sind, ja. Hast du mal Fragen, ob sie mitspielen wollen? Müssen sich aber auf Trolls gefasst machen. Auf was auf? Trolls. Heißend? Die Map ist ne reine Troll-Map. Troll? Ja, das ist ne Troll-Map. Ja, das ist ne Troll-Map.